recht herzlich willkommen zu einer neuen folge faktorio und zwar ist das die folge nummer 32 letztes mal habe ich glaube die falsche folge angesagte war es die 31 30 gesagt und was noch passiert ist wer bis zum schluss gesehen hat ich habe hier diese gleise hier schon angeschlossen gab noch zum schluss geguckt ob das geht das passt wohl und wir haben sogar noch eine gebogene weiche da ist immer gucken da ich weiß gar nicht wie das hier war so dass wir hier gewesen sein eine wäre noch da die wir mal so irgendwie da die wird wohl da lang gegangen sein dann okay das passt nicht mehr und dann müsste ich hier ja eigentlich auch was gewesen sein so da aber das macht aber nicht da muss man wohl extra weichen bauen oder wie sehe ich das ok ja da war das wo ich mich wohl da nicht nur naja ok klappt jetzt nicht warum weiß ich nicht ist jetzt auch egal wir müssen weiter schauen das war halt das noch hinkriegt solare energie forschen gerade wir brauchen noch ganz viele eisenplatten und zerbrechen munition warum auch die haben wir noch gar nicht erforscht glaube da kann man ja richtig schnell laufen rote tränke sehe ich gerade sind reichlich da grüner ein bisschen rein so um sie sich gar gar nicht da läuft irgendwas nicht richtig dann nach man hier ja da fehlen die am roboter und die kamen hinten ja wo weg oder ne da waren elektro teile da wird position produziert wo waren bitteschön die hier ja da fehlen eisenplotten eisenplotten sind mangelware und hier ein förderbender produziert da wird gar nichts produziert oder wie sehe ich das ne da müsste man auswählen da werden die zahnräder produziert und wir kriegen keine eisenplatten hier durch die werden da schon abgeholt gut eisenplatten laufen dadurch laufen dann hier weiter werden wahrscheinlich da noch weggenommen dann genauso sieht es aus das heißt wir müssen gucken dass wir den kreislauf hier noch verbessern hier sind genug eisenplatten da die werden aber nicht abgebaut das heißt da fehlt uns auch im roboter der die rauspackt und schon geht sondern so sieht es aus und so brechende munition wird sofort produziert da war es nicht wo war jetzt hier auch nicht dann war es hier produziert dann gleich wieder und da geht schon los abgesetzt so auch schon dann soll es mit den grünen tränken wieder klappen was hier natürlich ohne ende drin ist sind rote tränke jetzt da werden sie jetzt bis zum letzten ende wohl genug haben so der erste läuft wieder ich glaube wir müssen gucken dass wir hier bänder rausnehmen wir haben noch genug dabei und die müssen wir da oben irgendwann bringen damit die wieder produzieren okay gut die brauchen noch zahnräder dann geht das mit der produktion von förderbändern auch weiter gut die lokomotive können wir auch nicht bauen weil verbrennungsmotoren bestandteile fehlen die warte würde gehen und das letzte ist ein auto und müssen vorwärter schaffen das ist das obwohl ich jetzt gerade hier lust habe okay das weiter zu bauen kann man dann ist egal warum so fährt in weiter richtung gut haben wir auf jeden fall genug gebaut schon wieder genug ist was anderes ist klar forschung läuft auf zwei stationen da kommt eine grüne ration wird in der zweiten reingetan und da fehlt es dann an grünen ja gut was damit er jetzt noch zur zeit ein die neuen bänder könnte ich noch gebrauchen der große kreislauf hier läuft flott so die bänder sind jetzt da und nicht da bin ich denn jetzt da oben da muss auch noch ein das läuft es auch schneller aber ich brauche keine männer gut was war hier nix nix da läuft es da wird nichts mehr produziert weil kein eisen nachkommt wo bleibt unser eisen ist da was zu ändern ja ich glaube der hier ist alle so sieht es aus dann setzen wir den woanders hin da da hin viertel band davor passt kriegen wir strom ja auch passt läuft sollten wir noch ein mehr bauen zwei reichen laufen ja wieder kohle ist genug unterwegs passt auch die solarzellen vor schon mal gerade optik ermöglicht solarmodul ok solarmodul brauchen wir 50 kupferplatten das kann man eigentlich mal gucken ob wir irgendwo was einsammeln können vorbeigelaufen vorbeigelaufen normale munition haben wir da dann sind schon wieder neue bänder die eisenplatten das band nehmen wir auch wieder mit kupfer auch noch da was das nicht von bedeutung zurzeit eisenplatten damit roboter produziert werden da und elektroteile die kommen aber da die 16 packen wir mal dort unten rein ok das förderbund staubt da ja es lo vamos jetzt los 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 Hallo, nein, nicht Hallo, zu weit weg. Na, der war falsch, ne? Ist er, da ist er. Jetzt läuft sie da. Okay. Der hat wieder 7, die packen wir hier rein. Ne, die packen wir da rein. Und dann wiederum hier hin, ne? Haben wir keinen mehr, haben wir keinen mehr. Da ist was faul. Jetzt geht's wieder. Wir rutschen da nicht weiter. Das baut sich aber hier ab, oder? Ja. Geht gleich wieder. Da links, da werden noch langsam mal Förderbänder. Die sollten wir vielleicht nochmal austauschen. Ne, die müssen da unten hin. Das ist nicht viel, aber einer, oder? Zwei, einer. So. Gehen wir da hoch. Und hier hin. Und alle. Hier gibt's auch einen roten, ne? Jo. Zwei Stück. Und dann ist mal tiefer. So. Durch den Tunnel geht's schneller. Fingern wir da noch wer hier. Eins. Einer. Einen haben wir noch. Naja, gut. Haben wir erst. Läuft wieder schneller. Hier staut sich's ein bisschen. Wir forschen auf drei Stationen. Das ist doch super. Solarmodule gehen richtig voran. Stahlträger. Gibt's hier Stahlträger? Ne. Sortiert der Stahlträger aus? Ja. Sollte er das überhaupt aussortieren? Eigentlich nicht. Was sollte er aussortieren? Gute Frage, ne? Seitwärtig, hab ich ja bald gesagt, rote Tränke, ne? Das? Ohrfisch. Raufen los. Ja. Lassen wir das. Ist erst gut, was da läuft. Hier laufen wir zur Zeit nur noch Tränke. Ah, die können wir auch schon bald abschalten, ne? Kann man denn da was anderes produzieren? Was uns helfen würde? Jetzt nicht wirklich was, oder? Schrotpatronen. Steinwand. Bringt's irgendwie alles nicht, ne? Ist jetzt nix bei, wo ich sagen würde, Braumer. Intelligente Kiste. Die können wir nicht machen, oder was? Ne, ist an der falschen Stelle wahrscheinlich. Hm. Der macht die Knicker-Moboter, dem fehlen aber gerade die Zahnräder. Zahnräder fehlen, weil keine Eisenplotten da sind, die durchkommen. Zahnräder sind. Da. Schlaufen aber durch. Wo geht's denn da mit den Zahnrädern nicht hin? Da werden die nicht gebraucht. Ah, da werden die gebraucht. Gut, dann, äh... Gucken wir mal gerade hier. Da fehlt's ja ein Eisenplotten, die ballern wir da mal rein. Und da nicht. Der hat nix. Hm. Ne, wo wird das denn jetzt mit den Eisenplotten da? Der geht da nicht, oder was? Ne. Dann machen wir Zahnräder. Zahnräder laufen jetzt erst mal, weil wir da was reingestopft haben. Da haben wir jetzt noch 13, die gehen da auch wieder rein. So, läuft. Gut. Haben wir's erst. Keine Forschung mehr. Grüne Tränke alle. Knicker-Moboter. Konnte Tränke gab's hier, oder? Ja. Fließbinder fehlen. Okay. Das würde bedeuten, die Fließbinder dürfen wir ja auch gar nicht aussortieren, ne? Machen wir auch gar nicht mehr. Ich würde jetzt sagen, die brauchen wir gar nicht aussortieren. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Ja, das mal so. Da reinschmeißen. Ich glaube, das punktieren, ne? Ja, die machen auch ein paar Platten hier, jetzt hört man rein damit. Die in den Kreislauf bringen. Bringt die in den Kreislauf. Was bauen die da rein? Bringt die in den Kreislauf. Jetzt haben wir hier, Stein, alle Steine. Gut, lass laufen. Der geht. Hier fehlt's auch an Stahlplatten. Oh, wie seh ich das? Das ist auch doof, ne? Der macht gar nichts jetzt. Hm, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da einstellen kann. Der verteilt die. Der auch. Der legt die weg. Alles gut also. Der hat nichts im Weglegen. Der legt die jetzt da drauf. Alles gut. Ja, Elektroteile kommen auch wieder. Das bedeutet... Saft wird produziert. Liegt da aber oben, kann nicht abgelegt werden. Auch schön. Da staut sich's. Wand ist wieder zu voll. Schliegt da so immer noch nicht hingelegt, ne? Ja. Ja, jetzt klappt's, glaube ich, ne? Ja. Was ist hier zu viel drauf? Kupfer. Das bedeutet wiederum, mach den Kupfer da rein. Dann muss ich das Kupfer erst wieder aussortieren. Gut. Okay. Ich würde aber sagen, wir haben erst genug für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.